Ja, dann willkommen zur Vorlesung wieder in Grundlagen der Informationstechnologie. Nachdem wir letzte Woche ja so generell über analytische Informationssysteme gesprochen haben und wie diese aufgebaut sind, werden wir heute mal behandeln, wie man solche Datenbanken untersucht und dort Abfragen macht. Ja, und das wird eigentlich so das generelle Thema heute sein. Also wir schauen uns eine Datenbank an und machen Abfragen. Zum Anfang aber nochmal kurz Theorie und dann der praktische Teil. Ich möchte nochmal die allerwichtigsten Punkte von letzter Woche wiederholen. Im Schnelldurchlauf, also wir hatten ja relationale Datenbanken. Wir wissen ja, eine Datenbank dient zur Verwaltung von großen Datenmengen. Sie stellt die Datenkonsistenz sicher über dieses sogenannte Asset-Prinzip. Und über primären Fremdschlüssel hat man ja diese Relationen. Das werden wir auch gleich nochmal an einem Beispiel sehen. Zudem sind alle Daten ja tabellarisch angeordnet, also Zeilen- und Spaltenweise. Man kann sich so eine Datenbank also im Prinzip wie mehrere Excel-Dateien vorstellen, die halt irgendwie miteinander verknüpft sind. Also ganz einfach gesagt, sie haben ganz viele Tabellen. Und die Tabellen sind irgendwie miteinander verknüpft. Werden wir nachher auch noch sehen. Und Asset war ja diese Garantie, dass halt die Datenbank Konsistenz bleibt. Dass halt Schreibvorgänge immer, wenn die Datenbank sagt, der Schreibvorgang war erfolgreich, dann war der auch erfolgreich und so weiter. Das wären diese Garantien, hatten wir letzte Woche, möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Bis auf primären Fremdschlüssel. Da hatte ich ja erzählt, Primärschlüssel sind eine Spalte, die ist einzigartig in der Tabelle. Und Fremdschlüssel sind so Verweise auf Primärschlüssel in einer anderen Tabelle. Nochmal hier zum Aufbrüchen, das hatten wir letzte Woche schon. Zum Beispiel die Bestellnummer, also zum Beispiel Rechnungsnummer und Kundennummer. Also wir haben hier zwei Tabellen, Bestellung und Kunde. Die Kundennummer ist einzigartig, also das heißt, kein Kunde kann die gleiche Nummer mehrmals haben. Dasselbe gilt für die Rechnungsnummern, das sind zum Beispiel steigende Nummern. Und hier in Corsif ist hier dargestellt die Kunden-ID als Fremdschlüssel. Das heißt, hier ist eine Nummer drin und diese Nummer verweist auf den Primärschlüssel hier in ID. Also auf den Primärschlüssel in der Kundentabelle, also ID. Und das bedeutet also, angenommen hier würde eine 5 drin stehen, dann verweist es auf die Tabelle, wo der die Kundennummer 5 hat. Das waren ja primären Fremdschlüssel, kommt heute auch nochmal in der Praxis dran. Und dann gab es noch den Fall End-zu-End-Beziehung, also wo halt auf beiden Seiten mehreres vorkommen kann. Also hier war ja der Fall gerade, ein Kunde kann mehrere Bestellungen haben, aber eine Bestellung kann nicht von mehreren Kunden durchgeführt werden. Und hier ist jetzt der Fall, in einem Film können mehrere Schauspieler mitwirken und diese Schauspieler können in verschiedenen Filmen mitwirken. Dafür braucht man ja so eine Zwischentabelle hier. Also eine Zwischentabelle, wo man ja einmal den Verweis hat von Filmnummer auf Film-ID und vom Schauspieler-Nummer auf Schauspieler-ID. So konnte man ja Relationen machen, wo von beiden Tabellen mehrere Sachen drin waren. Das ist ja eine End-zu-End-Beziehung. Werden Sie auch gleich nochmal in unserer Beispieltabelle sehen. Ich wollte es jetzt nur nochmal aufbrüchen. Hatten wir ja alles schon mal. Womit wir dann arbeiten werden, ist sogenannte Relationale Datenbank-Software. Also Relationale Datenbanken sind ja diese Datenbanken, wo so Daten in Tabellen vorliegen, wie ich es gesagt habe. Also ein Datenpunkt pro Spalte. Also zum Beispiel eine Spalt, in dem Fall Kundennummer, Filmname und so weiter. Und das ist ja eine Relationale Datenbank. Und da gibt es natürlich verschiedene Software. Heute werden wir eine davon kennenlernen, aber die sind alle relativ ähnlich. Die verbreitetsten sind so, wenn man sich so die freie Software anguckt, zum Beispiel MySQL oder MySQL. Stammt aus dem Jahr 1995. Und ist seit 2009 den Namen MariaDB bekannt. Man kann sagen, das ist ein weitesten verbreitete Datenbanksystem. Das heißt, wenn Sie irgendwo so ein bisschen Webspace mieten, also so ein bisschen für eine eigene Website, irgendwo so Speicher mieten, ist in der Regel noch eine Datenbank dazu, wo Sie Sachen ablegen können. Das ist meist MySQL. Das wurde ursprünglich mal von Sun entwickelt, aber 2012 ging Sun insolvent und wurde komplett von Oracle aufgekauft. Und Oracle ist generell so in der reinen Software-Community sehr unbeliebt. Weil Oracle geht es vor allem darum, die kaufen halt Sachen ein und dann integrieren die das in ihre eigenen kommerziellen Produkte und arbeiten aber nicht mehr in der reinen Variante weiter. Das hat dafür gesorgt, dass halt nicht mehr MySQL verwendet wird, sondern es wurde einfach die letzte Variante von Sun, wurde halt einfach den Namen MariaDB weiterentwickelt. Ist also komplett freie Software. Dann die zweite Variante ist PostgreSQL. Da steckt direkt eine Firma dahinter. Mehr Standardkonform als MySQL, also SQL, ist die Abfragesprache für Relationale Datenbanken. Das erzähle ich nachher noch mehr drüber, wenn wir dann die Datenbank genau untersuchen. Und man könnte sagen, das ist eine Konkurrenz zu MariaDB. Ist aber auch unter freier Software. Das Geschäftsmodell der Firma ist halt, die bieten Support an und noch spezielle Datenbankmodule, vor allem für sowas wie Skalierung. Also wenn Sie sehr große Datenmengen haben, müssen Sie halt so Geld auf den Tisch legen bei der Datenbank, aber für fast jeden privaten Anwendungszweck. Und auch für die meisten geschäftlichen Anwendungszwecke ist diese Datenbank komplett kostenfrei. Das ist PostgreSQL. Und was wir im Praktikum verwenden werden, ist SQLite. Das ist ein sogenanntes eingebettetes Datenbanksystem. Das heißt, die komplette Datenbank ist nicht irgendwo auf einem Server. Also wenn Sie sowas wie MariaDB oder PostgreSQL haben, da ist das ja so. Zum Beispiel die Datenbank ist auf irgendeinem entfernten Server. Soll ich jetzt mal einen Server darstellen. Dort läuft die Datenbank drauf. Und Sie haben dann so... Jetzt irgendwelche Computer, die dort Abfragen machen. Also das hier ist jetzt mal ein Computer, das ist mal PC. Das ist PC2, das ist PC3. Also Sie haben jetzt so drei Computer. Die machen so Abfragen an diese Datenbank. Das ist der typische Fall, wenn Sie so MySQL haben. Also MariaDB. Und SQLite funktioniert ganz anders. Das hat die gleiche Abfragesprache, aber das läuft lokal auf dem Rechner und ist eine einzelne Datei. Also das heißt, SQLite funktioniert folgendermaßen. Sie haben halt Ihren Computer. Und auf dem Computer liegt eine Datei, das ist irgendeine Datei.datenbank, Datei.db, auf Ihrem gleichen Computer und da machen Sie eine Abfrage drauf. Das heißt, SQLite ist im Prinzip eine Konfigurationsdatei auf Ihrem lokalen Computer, die man halt mit SQLite ansprechen kann. Ist halt nicht wirklich ein Datenbanksystem in dem Sinne, aber es kann auch die meisten Sachen, die auch die professionellen Datenbanksysteme können, hat halt den Vorteil, Sie müssen nichts installieren. Es geht einfach, deswegen ist das perfekt für solche Sachen. Nein, andere Computer können darauf nicht zugreifen. Es kann immer nur eine Person gleichzeitig darauf zugreifen, weil es in dem Sinne kein verteiltes Datenbanksystem ist. Das ist einfach nur eine Binärdatei, wo man Datenbank, wo Datenbank Daten gespeichert sind. Sie können sich das vorstellen, wie zum Beispiel so eine Excel-Datei, wo die auf dem Netzlaufwerk liegt und da tragen die Leute immer gegenseitig ihre Daten ein. Das hat mir in der Hochschule ständig irgendwelche Excel-Dateien auf Netzlaufwerken. Dann steht doch mal da, diese Excel-Datei ist gerade durch Nutzer XY gesperrt. Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn die Datei wieder verfügbar ist? SQLite ist halt nicht für verteiltes Arbeiten gedacht, aber lässt sich halt relativ flexibel einbinden. Zum Beispiel WhatsApp nutzt das, um die Nachrichten abzuspeichern. Zum Beispiel Konfigurationsdateien und Chat-Nachrichten werden in einer SQLite-Datenbank gespeichert von WhatsApp. Und Sie werden SQLite, wenn Sie mal genauer hingucken, werden Sie merken, SQLite ist an sehr vielen Stellen im Einsatz. Firefox speichert seine Konfigurationsdaten auch in SQLite. Hier wird gerade XAMPP angesprochen, also XAMPP nutzt ja MariaDB im Hintergrund. Das heißt, Sie haben zwar ein lokales Datenbanksystem, aber im Prinzip läuft dort MariaDB. Das heißt, wenn Sie den Port richtig freigeben, könnten dort auch andere gleichzeitig darauf zugreifen. Genau, es gibt natürlich noch verteiltes Excel-Online. Das ist dann wieder ein verteilter Service. Ich habe jetzt halt den Vergleich mit einer lokalen Excel-Datei gemacht. Ja, also man kann sagen, SQLite ist eine Art, nette Art, Konfigurationsdateien zu erstellen, die etwas komplexer sein sollen. Und da das halt ein SQL-Dialekt unterstützt, ist das perfekt für uns. Und deswegen nehmen wir das auch. Und alles, was ich hier so erzählen werde, können Sie auch auf andere Datenbanksysteme überführen. Das ist ja alles standardkonform. Das heißt, Sie werden dann diese Abfragen auch machen können gegen MariaDB, gegen PostgreSQL. Und auch im gewissen Maßstab gegen Access, also nicht Excel, sondern Access. Das ist ja dieses Datenbanksystem, das bei Office dabei ist. Das spricht auch einen SQL-Dialekt. Der ist leider ein bisschen anders als der standardkonforme. Ist halt typisch Microsoft. Man setzt irgendwas um, da hält man sich nicht an den Standard. Das sieht man ja ständig. Aber Access ist fast auf die gleiche Art abfragbar mit SQL. Wo die Syntax ist leicht anders. Aber dieses generelle Konzept funktioniert auch so. Gut, dann jetzt mal noch ein paar andere Datenbanksysteme, bevor wir mit SQL anfangen. Also neben relationalen Datenbanken gibt es natürlich noch andere Systeme. Zum Beispiel NoSQL. Das ist NotOnlySQL. Das ist zum einen nicht relational. Das heißt, Daten liegen in keinem festen Schema vor. Und das nutzt man halt, wenn man irgendwie verschiedene Daten hat, die man irgendwie ablegen will, zentral. Und Asset wird in der Regel auch kaum unterstützt. Also solche Datenbanken sind irgendwie im Internet sehr gehypt. Warum auch immer? Einfach, weil die vermutlich flexibler sind. Man muss sich halt nicht überlegen, wie sollen die Tabellen aussehen, sondern einfach, ich lade hier meine Daten rein und das war's. Hat halt ein paar Vorteile. Man muss halt nicht vorher drüber nachdenken. Nachteil ist, wenn sie zu viele Daten haben, die irgendwie willkürlich aussehen, kann man halt die Daten nicht mehr anständig auslesen. Ich meine, es ist halt total gehypt im Internet. Alle fahren auf NoSQL ab. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist halt einfach so. Ich finde, relational eigentlich überlegen. Man muss sich halt vor ein Datenbankschema überlegen. Aber dafür sind dann die Daten ordentlich strukturiert. Sie meinen Datenbankabfragen. Also man kann ja theoretisch, also man kann ja auch, bei Excel kann man auch aus Access Datenbanken, glaube auch wir Abfragen, Daten rausziehen. Achso, NoSQL meinen Sie? Also NoSQL ist eigentlich eine spezielle verteilte Software, die man dafür verwendet. Daher betrifft das eigentlich Excel nicht. Weil hier geht es wirklich darum, Sie haben irgendeinen Webservice, wo so eine Datenbank dahinter ist. Und da schicken Sie halt eine Anfrage hin. Ich hätte jetzt gerne alle Dokumente, die halt irgendwie den Vermerk Rechnung enthalten. Und dann gibt Ihnen diese NoSQL-Datenbank alles zurück, was mit Rechnung markiert ist oder sowas. Also man könnte es mir jetzt so eine Art Suchdatenbank oder Suchindex noch bezeichnen, wenn Sie irgendwie auf Ihrem System etwas suchen. Und dann gibt hier diese Suchfunktion dann alle Dateien zurück, wo das zutrifft. Das können wir vielleicht noch als geeigneten Vergleich hier nehmen. Ähnlich dazu ist ein Key-Value-Store. Key-Value-Store heißt also, Sie haben einen eindeutigen Wert und eine Zuordnung zu einem Element. Gerade wie nochmal ein Beispiel. Sie haben zum Beispiel hier eine Zuordnung, eine Rechnung plus Rechnungsdatum, also irgendwie Rechnungsnummer. Und Sie haben dann so eine Zuordnung, Rechnungsnummer zu Rechnung. Das ist zum Beispiel ein Key-Value-Store. Sie haben also ein Schlüsselwort und dann willkürliche andere Daten als Wert. Ist also etwas einfacher als eine relationale Datenbank, weil was Sie als Wert haben, ist komplett schemafrei. Das heißt, es kann alles Mögliche sein. Also im Prinzip so ähnlich wie bei einer NoSQL-Datenbank. Das ist hier ein Key-Value-Store. Sie haben einen eindeutigen Schlüssel und irgendwelche Werte. Zum Beispiel Dateiname und dann irgendwas in der Datei drin. Und in der Regel, was man dort abspeichert, sind semi-strukturierte Daten. Das ist entweder XML oder JSON. Ich möchte mal kurz zeigen, was XML oder JSON sind. Ja, beliebt ist irgendwie MongoDB im Netz. So, das ist jetzt nicht so interessant. Gehen wir mal jetzt mal auf XML und JSON ein. Also es sind ja sogenannte Flatpals. Diese Dateien sind sowohl maschinenlesbar als auch menschenlesbar von ihrer Struktur her, aber es sind ja eigentlich Textdateien. Und semi-strukturierte Daten sind dort Wikipedia-Informationen, die keiner allgemeinen Struktur unterliegen, sondern einen Teil der Strukturinformationen mit sich tragen. Also das heißt, diese Dateien sind so aufgebaut, dass sie maschinenlesbar sind, aber es ist nicht fest vorgeschrieben, wie sie auszusehen haben. Ein Beispiel wäre XML. XML ist ungefähr das, wie Webseiten aufgebaut sind, nur dass das etwas strikter ist. Also HTML ist ähnlich zu XML. Sie haben im Prinzip Gruppierungen mit sogenannten Tags. Tags sind solche heckigen Einträge hier, also sowas hier. Und dazwischen steht ein Wert. Und das ist so der generelle Aufbau. Hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel irgendeine Kreditkartennummer, die irgendjemandem gehört. Können wir zum Beispiel so hier aufbauen. Also hier haben wir einen Tag, also hier haben wir einen öffnenden Tag und jeweils einen schließenden Tag. Und dazwischen sind irgendwelche Inhalte, zum Beispiel weitere Tags oder Werte. Zum Beispiel die Währung ist hier zum Beispiel Euro. Und direkt der Tag wird danach wieder geschlossen. Und dieses Format ist halt sowohl Menschen lesbar, als auch Maschinen lesbar. Weil der Computer sucht dann halt nach diesen eckigen Klammern hier, extra hier den Wert, und sucht dann nach dem schließenden Tag wieder. Damit können Sie also eine Art Baumstruktur erstellen. und solche Baumstrukturen lassen sich halt zum Beispiel schlecht in relationalen Datenbanken abspeichern. Weil Sie müssen sich jetzt überlegen, wie könnte man das hier tabellarisch darstellen. Da bräuchten Sie zum Beispiel eine Tabelle Inhaber und eine Tabelle Kreditkarte vielleicht. Und zum Beispiel eine Fremdschlüsselrelation. In einer NoSQL-Datenbank würden Sie einfach sagen, ich nehme diese JSON-Datei und bin fertig. Entschuldigung, XML-Datei und bin fertig. Das heißt also schemalos. Sie haben etwas, was irgendwie einer Struktur folgt, aber es wird halt kein Schema erzwungen. Es wird halt erwartet, dass sich alle an den groben Aufbau halten, sonst funktioniert es nicht. Das ist XML. Was ihr hier auffällt, ist, das hat extrem viel Redundanz drin. Also wenn Sie mal gucken, zum Beispiel diese Liste von Hobbys, da haben Sie einmal den Hobbys-Start-Tag, hier den Hobbys-Tag, und dann nochmal für jedes Hobby, haben Sie dann nochmal so einen Start-Tag für Hobby und zu. Also extrem viel Redundanz hier drin. So, und weil das ja irgendwie doch schon störend ist, dass da halt so viel Zeug drin ist, was irgendwie keine große praktische Relevanz hat, hat man noch JSON eingeführt. Das ist standardisiert seit 2017, aber gibt es schon viel länger. Und es ist kompakter, weil es hat weniger Line-Noise, nennt sich das. Also Line-Noise, also Rauschen, bedeutet in dem Fall, Sie haben also Inhalt auf der Zeile, der keine Relevanz hat. Wie hier, diese ganzen Tags, ist halt irgendwie sinnlose Platzverschwendung. Die meisten davon haben keinerlei, tragen überhaupt nichts zum Inhalt bei. Deswegen hat man JSON eingeführt. Die gleiche Datei in JSON würde also so hier aussehen. Also das ist hier nochmal ein JSON. Also Sie sehen, eine geschweifte Klammer gibt halt an, dass das Objekt beginnt. Und dann haben Sie halt irgendwie Schlüsselname, zum Beispiel Nummer, Wert. Und so eine Liste wie diese Hobbys hier ist halt einfach der Schlüssel und dann eckige Klammern und eine Gruppe. Jetzt haben wir das jetzt mal vergleicht mit XML nochmal. Das ist XML, also sehr viel redundante Information. Jetzt nochmal JSON. Da kann man sehen, also dieses Datenformat hier ist deutlich kompakter und enthält genau die gleichen Informationen wie die XML-Datei. Und das sind halt so Daten, die werden halt in diesen NoSQL-Datenbanken oder Key-Value-Stores in der Regel abgespeichert. Also in der Regel nennt man da XML- oder JSON-Dateien. Also Sie können natürlich da auch Binär-Dateien reinlegen, zum Beispiel irgendwelche Dokumente. Das ist ein sogenannter Dokumentenspeicher oder Document-Store. Also diese NoSQL-Datenbanken sind super, wenn man halt irgendwelche Daten einfach ablegen will zentral. Dann nimmt man halt sowas. Aber wenn man die Daten halt strukturiert haben will, nimmt man eine relationale Datenbank. Und das wird ja auch so das hauptsächliche Thema heute sein, nämlich wie man aus relationalen Datenbanken Sachen herauszieht. So, jetzt haben Sie mal noch kurz XML und JSON hier kennengelernt. Das sind Formate, die werden Sie vielleicht häufiger sehen, wenn Sie mal genauer hinschauen. Ja, also beides sind ja hierarchisch. Hierarchisch heißt ja, das ist eine Baumstruktur. Sieht man hier also zum Beispiel Hobbys gehört zu Inhaber und Inhaber gehört zu Kreditkarte. Gleiche Struktur bei der JSON. Hobbys gehört zu Inhaber und Inhaber gehört zu, ja, gehört zum Kopf dieser Datei, was ja Kreditkarte war. Kreditkarte steht hier halt in dem Fall nicht. Das ist einfach nur eine geschweifte Klammer. Und es geht mal wieder aus der Text. Das heißt, es sind keine Binärdaten möglich. Wenn man dort Binärdaten drin speichern will, in JSON oder XML, muss man es kodieren. Zum Beispiel mit Base64. Kennen Sie ja seit Vorlesung Nummer 7. Hatten wir auch im Praktikum. Also ein weiterer Fall, wo man Base64 anwenden kann, weil das ein reines Textformat hier. Deswegen müssen Binärdaten zum Beispiel angenommen. Der Inhaber hat noch ein Passbild und das Passbild wollen Sie hier mit drin speichern. Und dann machen Sie halt ein neues Feld Passbild. Und das Bild ist dann einfach in Base64 kodiert zusammen mit in dem Datensatz. Jetzt einmal zum eigentlichen Thema für heute, die Structured Query Language oder SQL. Das ist die Sprache, um in relationalen Datenbanken Abfragen zu machen. Das ist ein ISO-Standard. Das heißt, konforme Datenbanksysteme halten sich an den Standard. Und Sie können also die Datenbank beliebig austauschen, das System. Und die grundlegenden SQL-Sachen funktionieren bei allen gleich. Das heißt, mit der Sprache können Sie wohl Abfragen machen, Sie können Tabellen erzeugen, Sie können Tabellen löschen und so weiter. Also damit geht alles Mögliche. Und das basiert mathematisch gesehen auf relationaler Algebra. Das muss man aber, ich meine, die Mathematik muss man da nicht irgendwie, muss man dafür nicht unbedingt verstehen. Die generellen Ideen aber sind halt Befehle auf Gruppen. Also Sie haben halt, oder Mengen. Sie haben halt Mengen. Mengen ist halt die Abfrage und dann können Sie halt diese Menge mit SQL filtern. Das ist so der mathematische Gedanke dahinter. Dazu hier mal grafisch einige Beispiele. Zum Beispiel, also das ist alles, was auf Datenbanken geht. Sie haben zum einen die Selektion. Selektion heißt also graus und mal das, was Sie auswählen. Sie haben zum Beispiel eine Datenbank mit in dem Fall sechs Zeilen. Und was Sie halt hier machen ist, Sie selektieren nur drei davon. Sie selektieren diese, diese und diese. Das ist eine Selektion. Sie filtern also, was Sie sehen möchten. Das ist eine Möglichkeit, was mit Datenbanken geht. Zweite ist eine Projektion. Projektion heißt, Sie wollen nur bestimmte Spalten haben. Irgendwie Sie haben so einen Datensatz mit einer Tabelle mit sechs Spalten und Sie möchten nur drei Spalten haben. Dann können Sie das mit einer Datenbank auch so, Datenbanksoftware auch so machen. Sie können also nach Spalten filtern, also Zeilen und Spaltenfilter. Dann geht zum Beispiel Union. Union heißt, Sie haben zwei Tabellen und kombinieren diese zwei Tabellen. Das geht natürlich nur, wenn die Tabellen irgendwie eine Gemeinsamkeit haben, zum Beispiel über einen Fremdschlüssel miteinander verbunden sind. Können Sie halt zwei Tabellen miteinander vereinigen. Was auch noch geht, ist sogenannte kathesische Produkt. Das ist ähnlich zur Vereinigung. Kathesisches Produkt ist einfach alle Kombinationen. Das zeige ich mal kurz mathematisch. Ja, also kathesische Produkt ist das folgende. Sie haben zum Beispiel, das schreibt man mal so a kreuz b. Sie haben zum Beispiel eine Menge, die ist 8, 9 und 10 und Sie haben zum Beispiel zwei Kartenfarben, zum Beispiel Herz und das. So, und die beiden möchten Sie jetzt hier kombinieren. Das wäre dann also, das Ergebnis von dieser Operation wäre jetzt so 8 Hertz, okay, das ist jetzt relativ fessig geworden, 9 Hertz, 10 Hertz und dann hätten Sie noch so 8 Karo, 9 Karo und 10 Karo. Also das ist so das kathesische Produkt. Das ist einfach, Sie kombinieren alles mit alle Variationen, alles was Sie links haben mit allem was Sie rechts haben. Das nennt sich kathesisches Produkt und das ist halt auch eine Operation, die in Datenbanken geht. Sie nehmen halt alle Daten auf der linken Seite und kombinieren sie mit allen Daten auf der rechten Seite. Weiterhin gehen noch so Sachen wie Differenz und Durchschnitt, das sind ja auch Mengenoperationen. Differenz heißt, Sie möchten nur das haben, was zum Beispiel, Sie haben zwei Tabellen, Sie möchten nur das haben, was in der linken Tabelle ist und Durchschnitt heißt, Sie möchten nur das haben, was in beiden ist. Es sind so verschiedene Mengenoperationen, das geht alles mit Datenbanken. Zudem gibt es noch Joins, das ist das hier unten, also Join und Division. Das machen wir erst in einer Woche. Können Sie erst beim Hinterkopf behalten, das Wort Join. Über Joins kann man auch sehr viel reden. damit kann man halt komplexere Datenbankabfragen machen. Ja, also das ist jetzt erstmal so die mathematische Theorie dahinter. Jetzt kommt erstmal, ach ja, der allgemeine auch von einem SQL-Statement. Der sieht so hier aus, also Sie haben wie so eine Art englischen Satz, zum Beispiel Select Stern from Customers. So sendet man Abfragen an die Datenbank. Sieht dann also so hier aus. Jetzt nochmal in der Theorie, bevor ich das richtig ausführe, Sie haben also genau so Select Stern Form Customers. So, da haben Sie jetzt erst mal mehrere Komponenten hier. Zum einen Select und Form. Das zwei sind Schlüsselwörter. Das heißt, hinter Select geben Sie an, welche Spalten Sie wollen. Ja, hier geht man an, die Spalten, die man will. In dem Fall Sternchen heißt alle Spalten. Also alle Spalten. Sie können doch irgendwie andere Sachen hinschreiben, zum Beispiel Name. Sie möchten gerne Spalte Name haben. Und Spalte Adresse. Irgendwie so hier. Da gehe ich Ihnen gleich noch. Und ja, also Select gibt an, welche Spalten Sie wollen. Die kommen da dahinter. Und mit Worm geben Sie an, welche Tabellen Sie wollen. Also hinter Form kommen die Tabellen. Äh, die Tabelle. Da kann man nur eine angeben. Und die Tabelle, die wir hier wollen, ist Customers. Also Customers ist die Tabelle. Und auf Deutsch ist es natürlich dann die Kundentabelle in dem Fall. Und das ist so die allgemeine Struktur von SQL. Also Sie haben immer so ein englisches Wort. Dann kommt dahinter irgendwas, in der Regel eine Spalte oder ein Tabellname oder irgendeine Bedingung. Und dann kommt halt ein Ergebnis aus der Datenbank zurück. Das ist so die generelle Idee. Ja, und die Syntaxi, die ich jetzt erzählen werde, also ich meine, die ist SQL-Standard-konform. Die Syntaxi, ich Ihnen erzähle, die ist auch übertragbar auf andere Sachen. Und wenn die Syntaxi abweicht, ist es in der Regel dokumentiert. Wo die Daten hingehen, also Sie senden diese Abfrage an die Datenbank und die Daten werden an Ihren Computer geschickt. Das zeige ich in wenigen Minuten. So, was gibt es für Literaturempfehlung? Also, zum einen, also für die Datenbank hier reicht es aus, die linke, also das linke ist von NoStudgePress, die haben sehr viele schöne Bücher zu peifen und so weiter. Also für alles, was wir jetzt über Datenbank besprechen werden, reicht das linke Buch vollkommen aus. Wer etwas tiefer rein, wer etwas tiefer reintauchen will, dem empfehle ich Datenbanksysteme 10. Auflage, also irgendwie so ein 800-Seiten-Schinken, wo im Prinzip alles, was man über Datenbanken, was es über Datenbanken so gibt, diskutiert wird. Für uns viel zu viel im Prinzip das linke Buch reicht aus oder generell die Fäusungsinhalte. Also wenn Sie irgendwas nachlesen wollen und generell NoStudgePress hat sehr viele gute Bücher auch zu peifen, da werde ich in den kommenden Wochen noch ein paar erwähnen. Jetzt machen wir das mal alles beispielhaft in einer Northwind-Datenbank. Das wird jetzt also uns die restliche Veranstaltung beschäftigen. Wir werden mal diese Datenbank untersuchen und Abfragen dorthin schicken. Erstmal Northwind, das ist die Beispieldatenbank von Microsoft und da haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die ist bei Microsoft Access dabei, habe ich gelesen und auch bei Microsoft SQL Server. Ich habe ja schon letzte Woche erzählt, das ist ein fiktiver Spezialitätenhändler namens Northwind Trader, sondern es gibt jede Menge Lernressourcen zu dem Thema, die auf Northwind basieren. Hier ist mal die komplette Datenbank dargestellt mit ihren Relationen zueinander. Das sieht erstmal relativ komplex aus. Viele dieser Tabellen sind aber aus irgendeinem Grund leer. Das heißt, man kann das ein bisschen zusammenkürzen. Wir löschen mal ein paar Tabellen raus, die irgendwie fast komplett leer sind und keinen sinnvollen Informationsgehalt haben. Die streiche ich mal weg. Ja, also fünf Tabellen weniger und das heißt, es bleiben sieben Tabellen übrig. Diese sieben Tabellen werden jetzt also die sein, die wir betrachten werden. Sie haben jetzt ja also diese Daten, diese Tabellen mit irgendwelchen Daten. Wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, können wir ja schon mal so eine grundlegende Struktur sehen. Die grundlegende Struktur ist hier erstmal, sie haben links drei Tabellen und rechts haben sie vier Tabellen. Zudem haben sie in der Mitte dieses hier Order Details, das ist anscheinend die Zwischentabelle, die irgendwie die Linke mit der rechten Seite verbindet. Also das kann man jetzt hier ja schon mal so grob Schlussfolgern. Genau, wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, sieht man jetzt hier erstmal, also diese Namen, die immer drinstehen, sind die sogenannten Primärschlüsse. Primärschlüsse sind also immer die Spaltennamen, wo eine eindeutige Nummer drin ist, zum Beispiel hier bei Supplier, also Lieferanten, ist es halt Supplier-ID, das heißt diese Tabelle hat eine Spalte mit einer eindeutigen Nummer vom Lieferanten, also eindeutige Lieferantennummer, dann hat diese Tabelle eine eindeutige Kategorienummer und hier eine eindeutige Produktnummer. Das heißt also hier auf der linken Seite gibt es halt bestimmte Produkte, die in der Produkttabelle sind. Sie haben eine Produkttabelle, da sind gewisse Produkte drin und deren Relation ist halt, jedes Produkt gehört einer bestimmten Kategorie an. Gehen Sie mal ein paar Folien weiter, im Skript müssten Sie dann auf 36 und zum einen sehen Sie da also auf der linken Seite halt ein Produkt, jedes Produkt gehört einer gewissen Kategorie an natürlich, also jedes Produkt hat eine gewisse Kategorie, das ist ja dieser Fremdschlüssel hier, der hier gezeigt wird, diese Relation und jedes Produkt wird von einem gewissen Lieferanten geliefert. Also das ist erstmal die generelle Idee, diese Northwind Traders Firma ist so eine Art Vermittler, die kaufen halt bei irgendwelchen Firmen Produkte ein und verkaufen das dann zum Beispiel an Restaurants und sowas weiter. Ah genau, Integer bedeutet, diese Spalte darf nur Zahlen enthalten, wenn Sie versuchen was anderes reinzumachen, wird das von der Datenbank mit einem Integritätsfehler abgelehnt. Also diese Spalte ist so eingestellt, dass ich nur Zahlen enthalten kann. Also linke Spalte ist die Produkte, die hier so die Northwind Traders Firma anbietet und die rechte Seite ist also die Kunden von dieser Northwind Traders, das heißt links ist also welche Produkte Northwind Traders vermittelt und auf der rechten Seite dann welche Kunden die haben also zum Beispiel die Kunden bestellen halt irgendwelche Produkte das dann Orders dann in dieser Northwind Traders hat jeder Kunde also hier wird angegeben welcher Angestellte ist halt zuständig für die jeweilige Bestellung und zudem hat dieses Angestellten vielleicht noch eine Art Baumstruktur also in der Angestellten Tabelle steht auch noch drin wer ist der Vorgesetzte von dem Angestellten da haben die so eine zyklischen Verweisen der gleichen Tabelle noch dann haben sie diese Customers Ding das gibt halt an welche Kunden haben die Bestellung aufgegeben und Schipper ist einfach der Lieferant also Lieferant ist nicht ganz so spannend es ist halt einfach welche Post Dienstleister hat es versendet das ist jetzt keine so tiefgründige Information für uns ja und die komplette Verknüpfung ist dann über Order Details das heißt so eine Zwischentabelle und zwar jede Bestellung kann mehrere Produkte enthalten das ist so die Idee also sie haben pro Bestellung mehrere Produkte und da sind noch ein paar Metadaten da drin zum Beispiel wie ist das Frachtgewicht und so weiter also in dieser Tabelle sind noch ein paar andere Sachen drin aber das schauen wir die generelle Idee links ist das Vorratslager von Northwind Traders rechts sind die Kunden mit ihren Bestellungen und das hier unten ist eine Kombination dieser beiden Seiten damit das von der Relation her funktioniert das ist erstmal der generelle Aufbau und jetzt werden wir uns mal die Datenbank genauer anschauen im Praktikum werden wir dafür Jupiter verwenden also Python plus Jupiter aber hier in der Forschung lässt es sich mit einem anderen Programm besser darstellen ich verwende dafür jetzt PyCharm mit einem Datenbank Modul einfach weil ich da weniger scrollen muss und weil die Ansicht schöner ist genau das war jetzt zu früh also generell gilt das mal sie können ja über die Datenbank Informationen herausziehen die es herausziehen was in welcher Datentabelle drin ist das ist leider plattform abhängig also da gibt es keinen SQL Standard für zum Beispiel bei SQLite ist es pragmatable info categories das ist ein Befehl den müssen sie sich nicht merken den werde ich jetzt nur häufiger mal einsetzen um die Tabelle zu untersuchen ja also wenn sie ernsthafter Python programmieren also mehr als die fünf Zeilen die wir programmieren werden kann ich ihnen PyCharm auf jeden Fall nur empfehlen also wenn sie irgendwas gleich komplexeres machen wollen nehmen sie auf jeden Fall PyCharm die Professional Version ist auch für Hochschulen also wenn sie eine Hochschuladresse haben ist die Professional Version auch kostenfrei da gibt es immer so eine Lizenz für ein Jahr so und was ich jetzt auch mal offen habe das ist ja auch hier die Datenbank die Datenbank Abfrage Seite von PyCharm also wenn ich das jetzt mal das hier PyCharm sein ich habe halt einfach nur ein bisschen gekroppt Datenbank Abfragen hier in dem PyCharm absenden bekommen dann die Ergebnisse unten angezeigt das benötigt aber diese Professional Version der Community Version ist das Datenbank Modul nicht drin wie gesagt geht auch mit Jupiter aber für die Forschung ist das hier schöner so wir eine steilte Kategorie ID ist eine Zahl der Kategorie Name ist Text und eine Beschreibung für die Kategorie die ist auch Text so aber natürlich wollen wir jetzt in den Infos was ist in der Tabelle drin auch mal wissen was für Datensätze sind in der Tabelle drin dafür nutze ich jetzt mal dieses Select Statement ich mache jetzt also mal Select Stern from Categories so ja die Zeilen müssen mit Semicolon beendet werden also Select Stern from Categories ich führe das mal aus und Sie können es hier unten sehen also die Datenbank ist auf Englisch aber ich hoffe mal Sie können ein paar ich meine Sie müssen nicht alle der Wörter hier drin verstehen ich kann manche davon auch nicht übersetzen jedenfalls ich habe jetzt mal mit Select Stern von Categories mir alle Tabellen Spalten der Kategorie Tabelle ausgeben lassen also das Ergebnis ist jetzt hier unten Sie sehen jetzt Kategorie Nummer 1 ist Getränke und die Beschreibung ist Soft Wings Kaffee Tee Bier und Ale dann also hier schaltet jetzt auch recht mein Englisch Vokabular dann Tabelle dann so Zeile 2 ist halt irgendwie Condiment was auch immer sein mag oder mit irgendwelchen Soßen und so weiter prinzipiell ist erstmal nicht so wichtig dass Sie irgendwas davon übersetzen können oder sowas Confections also Nachtisch Süßigkeiten und so weiter also Sie sehen hier sind hier so acht Zeilen drin ich muss mal ein bisschen größer ich meine es vielleicht auch schön um ihr englisch Vokabular auszuarbeiten so genau hier haben Sie also acht Kategorien drin und das sind halt diese Kategorien für die diese Nordwind Traders Produkte gelagert hat wenn Sie können auf dem Licht dieses Relationsmodell der Datenbank unten hier im Stream mit sehen ist leider ein bisschen klein geworden aber man kann es vermutlich gerade noch so erkennen also ich habe jetzt Kategories mir angeschaut und Kategories und Products ist hier direkt in Relation zueinander ich werde deshalb jetzt mal ja ich werde deshalb jetzt mal noch Produkte abfragen ich mache jetzt also Select Stern from Products Sie sehen vielleicht hier habe ich einen Zeilenumbruch gemacht hier habe ich keinen gemacht das kann man sich aussuchen also der Befehl wird mit einem Semikolon beendet ich mache das gerne so dass ich diese Statements immer in eine neue Zeile schreibe einfach wegen der Übersichtlichkeit so also Select Stern from Products ich führe das aus und jetzt gibt er mir an alles was in der Produkt Tabelle drin ist zum einen die Produkt Nummer dann der Produkt Name zum Beispiel Chai so dann die Lieferantennummer ist die 1 gucken wir doch mal nach Lieferant 1 ich mache mal Select Stern von Suppliers so Lieferantennummer 1 Lieferant Nummer 1 also hier Supplier ID 1 ist die Firma Exotic Liquids also das kann man natürlich auch kombinieren diese ganzen Sachen aber das machen wir dann erst nächste Woche über Joints wir haben jetzt hier das erste Produkt gehabt das war also Chai Tee hat Lieferant Nummer 1 ist also Exotic Liquids und die Kategorie ist auch 1 heißt also es ist ein Getränk wir wissen wir wissen also Chai wird von Exotic Liquids geliefert Liquids der Lieferant und Getränke ist die Kategorie also das haben wir jetzt hier so rausgezogen erstmal zudem wissen wir wenn man das bestellt sind das 10 Boxen a 20 Tüten ich meine das ist halt ein Beispiel für eine schlecht normalisierte Spalte ich meine die Spalte und natürlich sind da irgendwelche amerikanischen Datumsformen Mengenwerte drin wie Unzen und so ein Zeug ich meine die Spalte ist nicht so super genau das ist im Prinzip nicht mehr als man mit Excel machen kann aber verteilt und mit dieser SQL Abfragesprache hier und wie gesagt Excel kann ja auch aus Access Daten rausziehen das geht ja auch mit SQL das heißt die Sachen die wir besprechen können sie theoretisch auch aber ja prinzipiell auf grundlegenden Niveau ist das kaum unterscheidbar von dem was auch Excel und sowas kann nur dass sie halt so eine stand konforme Abfragesprache hier nehmen so weiterhin sieht man hier natürlich noch den Preis des Produktes in was auch immer den Stock also wie viel vorrätig ist davon wie viel gerade nachbestellt wird Reorder Level ist der Schwellwert ab wann nachbestellt wird und discontinued heißt das Produkt wurde eingestellt also das in dieser Produkt Tabelle drin diese Spalten hier das ist halt immer viel wenn man so eine neue Datenbank bekommt sollte man die erstmal so ein bisschen untersuchen was ist in der Datenbank so alles drin ja und das ist so die linke Seite erstmal von dieser Datenbank und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen rumfiltern wie viel Lieferanten gibt es eigentlich ich mal guckt es gibt 29 Lieferanten Produkte sind 77 das kann man auch direkt abfragen und Kategorien sind 8 also es ist jetzt kein riesen Datensatz aber für unsere Zwecke reicht ja natürlich vollkommen aus so rein selektieren ist natürlich ziemlich langweilig etwas spannender ist filtern dafür gibt es die sogenannte Where Anweisung genau zum Beispiel die Frage welcher Lieferant liefert welche Produkte das ist eine gute Frage aber bevor wir das jetzt machen das ist schon etwas kompliziertere Abfrage muss ich sagen wir werden jetzt erstmal generell filtern wobei das können wir auch schon mit Where machen also ich führe jetzt mal das Statement Where ein wenn Sie hier mal unten in die Fäusern gucken haben wir jetzt hier also das Where Statement mit Where kann man filtern ich würde mal sagen wir möchten jetzt mal als einfache Abfrage haben ich von Tokyo Traders geliefert werden das ist hier Nummer 4 wir möchten jetzt alles haben von Tokyo Traders alle Produkte das heißt ich schreibe da jetzt rein erst mal Select Stern von Products das bleibt so Sie können die Befehle auch klein schreiben ist nur Angewohnheit von mir die groß zu schreiben weil das die meisten so machen so Groß Kleinschreibung ist komplett egal So Select Stern von Products Where Supplier ID gleich hier das heißt Sie bekommen dann alle Produkte zurück die als Lieferant Tokyo Traders haben und das doch mal aus so ich meine das ist sicher ein japanischer Lieferant deswegen zurück kommt hier also so Mishikobeniku das ist irgendein Fleisch Ikura keine Ahnung und das dritte ist Tofu offensichtlich genau also die drei Produkte man kann ja noch die Kategorie mal nachgucken das ist Kategorie 8 zum Beispiel hier man kann es also sehen Lieferant Nummer 4 liefert diese drei Produkte hier so jetzt haben wir also damit gefiltert mit Where die können also sagen wo der Lieferant zum Beispiel 4 ist oder wir möchten mal alle Produkte haben wie spreche ich das mal hin alle Produkte mit mindestens 10 Produkten im Lager also Units in Stock ist das so Units in Stock Beispiel Select Stern from Products Where also das ist immer die gleiche Sonntags Where Units in Stock größer gleich 10 genau sie könnten auch Where Kategorie ID gleich 10 machen äh gleich 8 machen dann müssten sie wer zum Beispiel alles achso sie wollen direkt zwischen Lieferanten und Kategorien machen also dafür bräuchten sie auch einen Join also die meisten komplexen Sachen benötigen alles Joins und ein Join also Statement nennt sich Join und da werde ich die kommende Vorlesung dem Join widmen weil damit kann man sehr viele komplexe Abfragen machen und ich möchte sie heute noch nicht mit komplexen Abfragen erschlagen deswegen alle komplexen und spannenden Sachen kommen erst nächste Woche so wir möchten jetzt mal alle Produkte haben die mindestens 10 auf Lager haben und zudem möchte ich mal nur den Produkt Namen haben also so hier ich möchte nur den Produkt Namen haben wo mindestens 10 Produkte auf Lager sind also die Operatoren sind hier also das ist kleiner kleiner gleich gleich größer größer gleich und ungleich das sind die gleichen die wir dann auch in Python später verwenden werden das heißt wenn Sie sich die jetzt merken haben Sie es dann in Python leichter ich habe jetzt mal alle Produkte ermittelt die mindestens 10 auf Lager haben das sind ja 65 Produkte steht ja hier 65 machen wir ein bisschen mehr ich hätte gern alle Produkte mit mindestens 20 das sind nur noch 51 und mit mindestens 100 da gibt es noch ah ja genau das geht auch zum Beispiel mindestens 10 und mindestens 10 und weniger als 20 kann ich ja mal noch hier mit einblenden sehen also das gibt jetzt alles an was hier auf Lager ist zum Beispiel Chang gibt es 17 mal diesen Sirup 13 mal Gummbär Gummibärchen gibt es 15 mal und so weiter Sie können auch direkt übrigens sehen welche Firmen eindeutig welche Lieferanten deutsch sind ja damit können Sie also so Bereiche selektieren mit where ja und es geht halt und oder oder das heißt zum Beispiel where Units in Stock größer gleich 10 or Units in Stock kleiner 5 das ist ein oder das heißt das selektiert das was wahr ist davon also entweder das mindestens 10 auf Lager oder weniger als 5 auf Lager ich meine die Abfrage ist natürlich Realitätsfair Norm sollte man sowas abfragen aber mit dem oder kann man halt mehrere Bedingungen verknüpfen mit einem und kann man halt einschließlich mehrere machen so erst wann kommt ein Semikolon wann kommt ein Komma am Ende also Semikolon schließt immer die Abfrage ab also das hier für sich ist eine Abfrage das sind ja diese drei Zeilen wähle alle Produkte aus also gib mir aus Produktname und wie viel auf Lager ist von Produkten wo die Anzahl auf Lager größer gleich 10 ist und die Anzahl auf Lager kleiner gleich 20 war es mit mindestens 10 bis 20 Produkten im Lager so also Komma gibt zum Beispiel an sie möchten mehrere Spalten selektieren das ist Komma getrennt und so jetzt noch könnte man die Frage hier mit Maximalzahl das beantworte ich nachher noch da brauchen wir noch einen anderen Befehl für so jetzt hatten wir also größer gleich 10 oder genau sie wollten jetzt größer gleich 10 oder ich mache einen Rutsch das mal ein bisschen so größer gleich 10 oder Units in Stock kleiner 5 und das muss wir jetzt aber klammern das ist sicherer so also sie möchten das oder das und Units in Stock darf nicht 0 sein also das heißt sie möchten erst sie selektieren erst nach dieser Bedingung dann kommt eine zweite Bedingung rein dass Units in Stock zusehen noch ungleich 0 sein muss ab diesem fall lohnt es sich zu klammern weil es ist manchmal etwas unklar ob jetzt oder und zuerst ausgewertet wird deswegen am besten die Reihenfolge mit einer Klammer angeben damit können sie also ich meine wir hatten ja so bit weises und bit weises oder die idee ist prinzipiell hier gleich selektieren das alles was das oder das erfüllt und dann selektieren sie alles was das hier quasi auch erfüllt also ungleich 0 ist also Lagerbestand größer gleich 10 oder kleiner gleich 5 aber nicht ausverkauft genau und wenn sie so Units in Stock gleich 0 machen bekommen sie nur noch Sachen zurück ich mache nochmal Produktname Units in Stock from Products Where Units in Stock gleich 0 da bekommen sie nur noch Produkte angezeigt die einen Bestand von 0 haben richtig es ist kleiner 5 guter Einwand weil ich Semikolon vergessen habe in der letzten Zeile kann man Semikolon weglassen jetzt ist wieder eins da die letzte Zeile kann ohne Semikolon bleiben so schauen sie mal hier unten in die Folie rein welche firma hat sie in deutschland noch mal ein where ich mache mal select supplier id country from suppliers where country gleich germany also sie können natürlich auch ok das ist natürlich bloß Käse da fehlt noch der Name würde ich sagen company name zum beispiel zum beispiel wähle alle firmen aus die ihren firmensitz in deutschland haben dazu fragen wir ab von der supplier tabelle die spalten lieferantennummer firmname und land und sie können sehen das ergebnis ist vermutlich richtig weil die ganzen firmen haben irgendwelche deutschen bezeichnungen sie können also in dieser where bedingung sowohl zeichenketten als auch zahlen drin haben zeichenketten müssen in anführungsstriche sein also wichtig zeichenketten in anführungsstrichen also die reihenfolge wie select was zurückgibt ist relativ achso spaltenreihenfolge ja genau sie geben hiermit die spaltenreihenfolge an also wenn ich jetzt mal sage company name kommt nach country dann ist das auch so dann bekommen sie dann country als zweite spalte und company name als dritte spalte also das hier gibt die reihenfolge der spalten an die reihenfolge der ergebnisse ist aber rein willkürlich also wie die hier zurückkommen folgt keinem festen schema also bei esculite ist es anscheinend nach primär schlüsse sortiert aber die sortierreihenfolge muss man eigentlich einstellen da komme ich auch gleich noch drauf ja also hier können sie auswählen entweder sie wollen konkrete spalten haben oder sie machen sternchen sternchen heißt ja sie wollen alle spalten in der tabelle haben ja genau das war es gerade schon wie es hier steht wenn sie mal unten nochmal auf die folie gucken aber ich mache es mal kurz groß also wehrenweisung mit unter und oder verknüpft mehrere bedingungen also zum beispiel der lieferant ist 11 oder 12 und die kategorie ist 1 hatten wir ja gerade mit units in stock ist genau das gleiche prinzip und gruppenweise kann man auch noch mit in machen also ich hätte jetzt gerne mal gucken wir uns nochmal select stern form ja select stern form vortrag dann jetzt wird wieder semikolon so select stern form vortrag und wir hätten jetzt mal gerne alle produkte von lieferant so alle produkte von 5 10 und 5 7 und 10 als lieferant vermutlich wollen sie eher haben ich hätte gerne alle produkte zum beispiel vom lieferanten seefisch gmbh oder so was das geht erst ab nächster woche so jetzt haben wir also select from products und jetzt mache ich hier where supplier id gleich 5 oder supplier id gleich 7 oder supplier id gleich 10 also das würde natürlich gehen da haben sie jetzt alle produkte zum beispiel irgendwelcher ziegenkäse hier oder irgendwelche andere produkte die von lieferanten 5 7 oder 10 sind sie sehen ja auch dass es nicht sortiert also hier kommt mal eine 7 mit 10 also es weiterhin nach produkt id offensichtlich sortiert weil es so in der datenbank steht und das kann man auch kompakter schreiben also das hier ist das gleiche wie das hier select stern from products where supplier id in 5 7 10 das können sie am besten über jupiter üben das werde ich nächste woche im praktikum erläutern ja also entweder so hier also wähle alle produkte aus die 5 7 oder 10 sind haben als Lieferant oder in 5 7 10 also beides ist exakt das gleiche das unten ist halt kürzer aber prinzipiell genau das gleiche so dann gibt es noch das Statement like like kann man nutzen um Text Suche zu machen zum Beispiel sie möchten die Firmennamen aller Lieferanten haben sie möchten alle Lieferanten haben wo der Firmenname anfängt mit einem e also das Prozentzeichen heißt beliebige weitere Zeichen das heißt also sie wollen einen Firmennamen haben der mit e anfängt gefolgt von irgendwas oder sie wollen einen Firmennamen haben der mit s endet oder ein Firmenname der mit es endet also mit dem like können sie also eine partielle Text suche machen also Prozent heißt das hier ist beliebig und dann halt dem Fall halt beliebig gefolgt von es aus einer bestimmten Region zum Beispiel 0,9 Prozent bei der Postleitzahl die Postleitzahl ist ja das kommt jetzt drauf an doch die Postleitzahl müsste ja eigentlich als Text gespeichert sein also das wäre ja naheliegend wir hatten doch irgendwo dieses pragma irgendwas also eigentlich muss die Postleitzahl ja als Text sein gucken wir es doch mal nach ich mache nochmal erst mal select Stern vom Suppliers so so haben die eine schöne Postleitzahl hier also hier ist erstmal das Problem natürlich dieser Postleitzahl die ist natürlich landesabhängig das heißt das selektieren mit der Postleitzahl wird vermutlich nicht so sauber funktionieren aber das ist auf jeden Fall eine Zeichenkette wir können es also machen wähle alle Lieferanten aus wo der Postle Code anfängt mit nehme ich mal das ist ein Zeichenkette ich sag mal der fängt an mit ich denke mal es wird jetzt nicht so viel Überlappung geben ich sag einfach mal 7 1 er fängt an mit 7 1 und da gibt es halt nur einen Treffer weil es gibt vermutlich zu wenig Regionen mit der gleichen Postleitzahl aber sagen wir mal fängt an mit der 7 dann kommt jetzt halt zurück in den USA mit dieser Postleitzahl ist ja Shelly Burg ach ne ist ja Kontaktname was wie heißt diese die ja gut das ist jetzt ein bisschen zu viel ausgeben also Sie können es auf jeden Fall sehen ich habe jetzt nur nach Postleitzahl gefiltert und da kommen halt diese vier Datensätze hier zurück so ein bisschen kombinieren jetzt kommen wir aus Komplexeres jetzt kommt mal ein sogenannter Subquery Subquery heißt Sie fragen etwas aus einer anderen Datenbank mit ab zum Beispiel genau also wenn es fängt an mit ist dann also Prozent heißt ab jetzt kommt beliebig heißt also 7 und dann beliebig genau also das heißt endet beliebig und das heißt genau fängt an beliebig das Prozentzeichen kann aber auch in der Mitte sein dann heißt es natürlich die Mitte ist beliebig und ob auch mehrere Prozentzeichen gehen ich würde mal denken ja aber ich habe es noch nicht ausprobiert so und jetzt möchten wir mal alle Produkte von Lieferanten haben wo das folgende führt das ist mal ein Subquery was ich jetzt hier mache ist also das ist ja noch relativ klar ich möchte alle Produkte haben wo die Supplier ID also hier oben hatten wir ja wo die Supplier ID zum Beispiel ist 5, 7 oder 10 ja also hier ist alle Produkte wo der Lieferant 5, 7 oder 10 ist und jetzt werde ich statt dieser vorgegebenen Zahlen werde ich jetzt eine Datenbankabfrage dort reinschreiben also wir hatten ja hier oben das hier also wähle alle Lieferanten aus die anfangen mit E so ja es sind ja alle Lieferanten die anfangen mit E ja so und in diese Abfrage hier werde ich jetzt bei dem in hier reinschreiben und dann wählt er mir also aus dann nimmt er mir diese Zahlen hier und fügt die dort in die Abfrage ein also ich mache das jetzt mal so hier dann schreibe ich hier so rein select also den ganzen Spaß hier so rein und zudem darf das nur eine Spalte sein also so hier was jetzt hier drin also rauskommt wäre das hier sie haben 1 und 27 kommt dort raus also 1 und 27 das heißt der wird jetzt abfragen er will alle Produkte von Lieferanten haben die die Nummer 1 oder 27 haben also die ganzen Befehle haben eine Übersicht ich habe ja gerade parallel die Vorlesung offen also die Befehle habe ich alle in der Vorlesung drin und wir werden das auch dann nochmal im nächsten Praktikum nochmal in Ruhe besprechen so also wir haben jetzt hier abgefragt alle Lieferanten die mit e anfangen und von denen die Produkte wir wissen ja die sind 1 und 27 gewesen das haben wir hier ermittelt also 1 und 27 und jetzt haben wir alle Produkte von Lieferanten ermittelt die halt die Nummer 1 oder 27 sind das ist halt ein Subquery mit einem Subquery können sie halt dynamisch diese Zahlenreihe für das Instatement generieren also das ist einer der komplexeren Befehle und auch einer der komplexesten die wir heute behandeln werden also wähle alle Produkte aus wo eine Bedingung erfüllt ist die aus einer anderen Tabelle gezogen wird so jetzt mal also wähle Produktname und Preis aus und jetzt sortiere mir nach Preis standardmäßig ist aufsteigend sortiert das heißt das günstigste ist Guidehost was auch immer sein mag und das teuerste ist ich glaube das war irgendein Wein und man kann hier angeben entweder mit sie können angeben standardmäßig ist ja aufsteigend also ASC ist aufsteigend ASC das ist der Standard ist aufsteigend und dann gibt es noch Desk ist absteigend da wird also sortiert absteigend das heißt das teuerste Produkt ganz oben das heißt das zweitteuerste Produkt ist irgendwie Thüringer Rostbratwurst da fragt man sich jetzt natürlich ist das irgendwas faul also warum soll die Rostbratwurst so teuer sein wie irgendwelcher Wein oder wie irgendwelches kobefleisch da kann man das ja mal genauer untersuchen gucken wir doch mal ich hätte gerne mal Select Stern vom Products Where Produktname gleich oder ich mach mal Like Like Thüringen das speichern Tipparbeit so mal sehen Thüringer Rostbratwurst also das sind ja 50 Packungen mit je 30 Würsten das heißt das Pack ist 50 Packungen mit je 30 Würsten heißt also 150 Stück sind das ja Quatsch 1500 Stück und das ist das was die hier einkaufen also das ist halt nicht normalisiert das heißt das ist ein Problem an dieser Datenbank sie haben zum Beispiel jetzt hier die Rostbratwurst das ist ein Riesenpaket und deswegen ist das halt so teuer wenn man es sortiert wie eine einzelne Weinflasche aus Frankreich das ist halt so ein Problem an so nicht normalisierten Daten könnte man sagen nicht auf irgendeinen Wert normalisiert sondern die Einheit ist recht willkürlich gewählt deswegen ist das halt schlecht vergleichbar ja und deshalb ist die Rostbratwurst so teuer wie Kobe Fleisch oder irgendwelcher französischer Wein ja ach hat sie mal ausgerechnet danke 8 Cent pro Wurst können mal überlegen ich weiß nicht wie viel die im den Laden kostet aber auf jeden Fall deutlich günstiger als was sie beim freien Verkauf haben ich meine die Nordwindad Bank ist ja auch schon so 20 Jahre oder irgendwas alt also das ist schon ein bisschen also ich meine der Preis ist ja auch jedes Jahr gestiegen so jetzt war noch die Frage könnte man auch überprüfen bei welchem Lieferant Produkt XY verfügbar ist könnte man schon machen aber den Lieferanten Namen bekommen sie leider nur über einen sogenannten Joint zurück also es ist ja eine Abfrage über zwei Tabellen das machen wir auch nächste Woche also die meisten schweren Fragen sage ich immer nächste Woche einfach weil ein Joint noch mal ein bisschen extra kompliziert ist kann man sagen deswegen möchte ich Ihnen heute nicht antun bei dem kurzen motivierenden Beispiel hier so also wir haben ja jetzt abgefragt und sortiert und jetzt möchte ich gerne mal nur haben die ersten zehn oder ich sage mal die ersten fünf so jetzt ist sie mit fünf das heißt es kommen nur noch und das war aber auch irgendeine Frage von weiter oben finde ich nur gerade nicht mehr da war irgendwie die Frage könnte man den größten bestand ermitteln oder sowas und davon nur die ersten oder sowas das geht halt mit oder bei und dann mit eins dann müssten sie zum Beispiel das teuerste Produkt oder zum Beispiel Units in Stock zum Beispiel das Produkt mit dem größten Sortiment also zum Beispiel Grünbräu Klosterbier gibt es 125 mal weil man sich jetzt natürlich wieder über die Quantity fragen könnte die Einheit ist halt 24 0,5 Liter Flaschen das heißt 125 mal sind jeweils 24 Flaschen was vermutlich einem Kasten entspricht sorry ich bin kein Biertrinker ich glaube das müsste ein Kasten sein oder so 24 mal 0,5 und 125 mal davon so zu dem Preis das ist das Produkt was am häufigsten vorrätig ist und umgekehrt kommt da vermutlich nicht so viel Spannendes zurück weil da kommt natürlich das erste Produkt zurück was nicht was nicht lieferbar ist also das ist nicht so interessant also die andere Richtung noch mehr sind jetzt kommen noch Aggregatfunktionen also Aggregatfunktionen sind auch noch etwas Komplizierteres damit kann man halt Statistik machen also hier ist mal ein Beispiel für eine Aggregatfunktion Sie können zum Beispiel den minimalen also die Sie können schon das Produkt finden oh ne nicht das Produkt finden aber Sie können den minimalen Preis ausgeben und den maximalen Preis wir fragen jetzt ab wir ermitteln das teuerste und das billigste Produkt je oder ermitteln erst mal machen Sie anders wir ermitteln teuerstes Produkt je Kategorie so wir wählen also die Kategorie ID aus und das Maximum des Preises von der Produkttabelle und wir gruppieren nach der Kategorie Nummer das heißt jetzt werden alle Spalten also es werden alle Zeilen mit der gleichen Kategorie Nummer zusammengefasst und dann wählt er aus jeweils das Produkt mit dem maximalen Preis muss ich hier auch noch Produkte neben schreiben können das müsste auch gehen genau jetzt habe ich hier also ermittelt das Produkt je nach Kategorie mit dem höchsten Preis Sie können ja also sehen zum Beispiel bei Kategorie 1 ich glaube das waren Getränke ist das das teuerste Produkt so bei hier ist zum Beispiel die Marmelade das teuerste bei Kategorie 6 wie gesagt die Kategorien lösen wir dann nächste Woche in Namen auf wenn wir Joints haben ist zum Beispiel Thüringer Rostbratwurst ich meine die war ja schon fast das teuerste Produkt von allen auch ja also mit Group Buy kann man also nach einem gemeinsamen Wert gruppieren und dann ein Aggregat machen wie ich möchte das teuerste Produkt haben pro Kategorie oder ich möchte das günstigste Produkt je Lieferant das wäre ja dann das wäre ja dann ich mache mal Select Supplier ID Min Unit Price Group Buy Supplier ID da können Sie jetzt je nach Lieferant sehen wie gesagt die Namen lösen wir nächste Woche auf die Nummer können Sie dann jeweils sehen zum Beispiel Supplier 8 das ist das günstigste Produkt so Tea Time Schokoladenkekse oder halt bei Lieferant 13 hier Nordost Matthias Hering das ist das noch damit Aggregaten und natürlich neben Min und Max gibt es noch andere Sachen also Sie können neben Min und Max gibt es noch mehr also Max ist ja Maximalwert also Höchstwert so Höchstwert Min ist so Niedrigstwert es gibt noch mehr es gibt noch Average ist arithmetisches Mittel Summ ist Summe und dann gibt es noch Count Stern Count Stern ist die Anzahl damit können Sie also zum Beispiel ermitteln wie viele Produkte gibt es pro Kategorie ja also Produkte je Kategorie zum Beispiel Select Kategorie ID Count Stern Form Products Group by Kategorie ID genau also jetzt hat er mir ausgegeben halt zähle mir wie oft wie viele Produkte je Kategorie sind zum Beispiel in Kategorie 1 sind 12 Produkte in Kategorie 5 sind 7 Produkte das kann man halt noch kombinieren zum Beispiel ich hätte gern noch den durchschnittlichen Preis pro Kategorie machen wir halt noch Average dahinter dann kriegen Sie den durchschnittlichen Preis diese Kommazahlen sehen da teilweise sehr komisch aus weil die ja teilweise dann periodisch sind und so eine Aggregate kann man halt kann man halt mit Having prüfen noch als Sätze es gibt da noch Having Anzahl größer 10 die kann man auf jeden Fall runden aber ich kann Ihnen gerade echt nicht sagen wie wobei ich denke mal es geht mit Round oder Round 3 hab es richtig geraten es gibt noch ein Befehl Round und da kann man angeben auf wie viele Stellen man runden möchte ja also es gibt ja und solche Aggregate hier wie das hier also solche Aggregate hier wie Anzahl ja solche Aggregate hier können Sie halt so abfragen mit zum Beispiel Having Anzahl größer 10 das heißt Sie möchten jetzt nur noch die Kategorien zurückgeben haben die mindestens 11 Produkte drin haben ja also soviel zum Crashkurs wie gesagt machen wir alles dann nochmal in Ruhe im Praktikum da gibt es nochmal eine Praktikumsanleitung dazu erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit so jetzt gehe ich mal noch auf die Fragen ein was davon muss ich in der Prüfung wissen also in der Prüfung Sie müssen auf jeden Fall einfache Datenbankabfragen schreiben können also sowas in der Art was wir gerade hatten wie du hast hier also natürlich die Tabellen werden vorgegeben es wird vermutlich es wird auch die Northwind Datenbank dann in der Prüfung sein ist dann also sowas wie ja ermittel das günstigste Produkt zum Beispiel also Select Unit ja Select Channel von Products und dann Order by Unit Price Limit 1 zum Beispiel das gibt ja das günstigste Produkt zurück also irgendwelche relativ einfachen Datenbankabfragen ja es werden hauptsächlich Praktikumsinhalte drankommen und ja ich mach mal kurz Licht an ich mach dann gleich mein als nächstes mein Video Feed ein bisschen heller so und die andere Frage war ja dann irgendwie noch wie kann ich das zu Hause nachstellen na jetzt habe ich ja gerade schon mal drei Tabellen gezeigt das sind ja drei Tabellen die man zum Beispiel nehmen könnte es gibt ja noch mehr Tabellen dieser Northwind Datenbank wenn wir uns das noch mal angucken ja also die Datenbank hat ja noch diese Tabellen wir haben jetzt gerade nur mal die linke Seite grob besprochen es gibt natürlich noch eine rechte Seite die so ähnlich aufgebaut ist das werde ich nächste Woche mal noch ansprechen wenn ich dann auf Joints eingehe ja und da gibt es noch dieses Order Detail sobald das relativ hässlich abzufragen ist das werde ich vermutlich einfach mal nur beispielhaft zeigen in dieser Datenbank gibt es auf jeden Fall genug Zeug was man rausziehen kann mal sehen die Heimnetzwerkaufzeichnung zum Praktikum war freiwillig genau also das was Sie da aufmalen sollten im Praktikum ist freiwillig gewesen das kann natürlich trotzdem sein dass Sie zum Beispiel mal ein Netzwerk skizzieren sollen oder sowas was weiß ich meinen Sie ein Netzwerk was wie Sternentopologie aussieht oder sowas so wo kann man Peitscher mit Hochschulizenz runterladen gute Frage das kann ich Ihnen mal schnell raussuchen genau ich glaube ich habe es gefunden Sie gehen auf die folgende Seite hier ich schicke das mal in den Chat sobald ich ihn wieder finde naja hier also das hier ist der Link ich mache noch einen Bildschirm zweimal groß das ist dieser Link hier und dann scrollen Sie dort halt irgendwie runter und dann finden Sie dort hier kostenlose Einzellizenzen für Bildungszwecke Sie gehen auf jetzt anmelden und dann gibt man dort einfach an genau ich studiere oder unterrichte dann Ihre Hochschuladresse Name und das war's also da wird nichts nachgeprüft Sie brauchen einfach nur eine Hochschuladresse also Ihre normale Hochschuladresse dann bekommen Sie dort einen Freischaltcode zugeschickt das war's auch schon also da wird nichts nachgeprüft oder sowas genau und die andere eine Frage war ja dann noch wie kann man das jetzt noch in Jupiter machen oder wäre Ihnen das sicher wenn wir das einfach nächste Woche dann im Praktikum besprechen ja dann machen wir das installieren einfach nächste Woche im Praktikum das dauert wirklich nur 5 Minuten Sie locken sich also wieder bei Jupiter ein findet irgendwie 2 Befehle aus und dann ist die Datenbank schon zugreifbar also das geht wirklich sehr einfach viel einfacher als mit PyCharm letztes Jahr habe ich PyCharm verwendet und das waren echt bei 150 Leuten ein Krampf das PyCharm zu konfigurieren Sie können sich auch gerne PyCharm nehmen aber mit Jupiter wird es viel einfacher geht ja ich glaube das war's hier dann mit denen ich glaube sonst sind ja keine Fragen mehr offen dann ja Ihnen auch ein schönes Wochenende